Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtweis und bevor wir uns mit den Auswirkungen steigender Inflationsraten auf deutsche Sparer und Anleger beschäftigen, darf ich Ihnen zunächst sehr herzlich und im Namen des gesamten Teams ein erfolgreiches, aber vor allem gesundes Jahr 2017 wünschen. Wenn wir nun zum Inhaltlichen kommen, dann beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Inflation. Die Inflationsrate in Deutschland und in der Eurozone insgesamt steigt etwas an und wir haben Ihnen auch das als Schlagzeile einmal mitgebracht vom Statistischen Bundesamt. Wir können es hier sehr gut nachvollziehen. Die Verbraucherpreise sind im Dezember 2016 wahrscheinlich um 1,7% höher als im Vorjahresmonat. Das heißt, der Verbraucher muss einen entsprechenden höheren Betrag aufwenden, um die entsprechenden Waren und Dienstleistungen hier zu beziehen. Gleichzeitig liegen die Zinsen für Sparguthaben und Tagesgeldkonten nahezu bei Null. Für 10-jährige deutsche Staatsanleihen haben wir eine Rendite von ungefähr 0,2% und doch ohne ein Finanzanalyst zu sein, stellen wir fest, dass eben die Inflationsrate oberhalb dessen liegt, was wir mit Renditen auf sichere Geldanlagen hier entsprechend generieren können. Trotzdem, auch das muss gesagt sein, auch nach diesem Anstieg, die Inflationsrate liegt weiterhin unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank. Diese hat eine Zielgröße von nahe 2% definiert und Sie sehen hier die aktuelle Inflationsrate mit rund 1,1% für die Eurozone. In schwarz die Zielgröße der Notenbank. Also da haben wir schon nochmal eine ordentliche Differenz hier zwischen diesen beiden Größenordnungen, die weiterhin auch vorhanden sein wird. Gleichzeitig sollten wir uns auch deutlich machen, dass die Inflationsrate verschiedene Komponenten beinhaltet. Und die Komponente, die dafür gesorgt hat, dass die Inflationsrate ein gutes Stück nach unten gekommen ist, das waren eben auch die sehr, sehr niedrigen Energiepreise. Sie sehen das hier in dieser orangenen Linie. Das hat dazu geführt, dass eben die Inflationsrate ein gutes Stück nach unten gekommen ist in der Eurozone, weil die Inflationsrate, die diese sehr schwankungsreichen Komponenten wie Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak nicht beinhaltet, die sehen Sie hier in blau und Sie sehen, die ist auch nicht so massiv nach unten gekommen, die ist eher stabil geblieben. Und hier der Wert aktuell rund 0,9% und auch die Währungshüter der Europäischen Zentralbank, die werden nicht nur auf die gesamte Inflation schauen, sondern man möchte, dass insgesamt die Inflationsrate hier in blau dargestellt, auch ohne diese schwankungsreichen Komponenten, ein gutes Stück nach oben kommt. Vorher wird man wohl an der Geldpolitik wenig ändern. Gleichzeitig, auch das muss uns allen bewusst sein, wir leben nicht in Deutschland, in einem isolierten Land. Wir sind Teil eines Währungsgefüges, eben des Euro-Raumes und die Geld- und Währungspolitik, die wird eben für den gesamten Raum gemacht. Und dementsprechend sehen Sie auch hier nochmal die Darstellung für Deutschland und für Italien. Und wir sehen es hier, Deutschland, Inflationsrate rund 1,7%, wir sehen es aber für Italien, da sind wir bei 0,5%. Also Deutschland nur rund 0,3% von der Zielgröße der Notenbank entfernt, Italien rund 1,5% von der Zielgröße entfernt. Und dementsprechend kann man durchaus sinnvoll argumentieren, dass wir wahrscheinlich in Deutschland ein Überschießen der Inflationsrate haben können. Solange wir noch in der Peripherie und in anderen Ländern der Eurozone ein Unterschreiten dieser Zielgröße haben. Aber das muss natürlich auch so sein. Die wirtschaftliche Aktivität und Arbeitslosenquote und weitere wichtige Kennzahlen sind natürlich in Deutschland bei weitem besser, als wir das in vielen anderen Ländern der Eurozone sehen. Von daher könnte man auch die steigenden Inflationsraten als Preis für die wirtschaftliche Prosperität bezeichnen, sofern man es denn so tun möchte. Im Ergebnis, dass für uns als Anleger und Sparer mit Sicherheit der wesentliche Punkt, Inflation wirkt natürlich auf unsere Kaufkraft. Und je länger diese Inflation wirkt und je höher diese ausfällt, desto stärker sind die Auswirkungen, die wir hier durchleiden müssen. Ich habe Ihnen das auch nochmal exemplarisch dargestellt. Sie sehen es, wir beginnen bei einem Ausgangswert von 100, sagen wir 100 Euro und dann habe ich Ihnen mal für verschiedene Inflationsraten von 1%, 1,5% bis hin zu 3% dargestellt, wie sich das auswirkt. Also nehmen wir mal an, wir haben eine Inflation von 1%, wir schauen auf den Zeitraum von 10 Jahren, dann sehen Sie, dass Ihre 100 Euro Kaufkraft nicht mehr da sind, sondern Sie haben eben nur noch eine Kaufkraft von rund 90 Euro, auch wenn Ihr Geldbetrag auf dem Konto vielleicht weiterhin 100 Euro beträgt. Ist die Inflation stärker? Zum Beispiel 2% und wir schauen auf einen 20-jährigen Horizont, dann sehen Sie, dann sind wir schon hier hinten, wir sind bei der 20 Jahre, wir haben diese hellblaue Linie und da sehen Sie schon, ups, okay, da haben wir schon ein bisschen mehr Kaufkraft verloren, da sind wir schon irgendwo nur noch bei 62, 63% an Kaufkraft, die wir hier dann eben aktuell noch haben. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, wir müssen bei der Wirkung der Inflation unterscheiden, denken wir über die Auswirkungen auf eine Rücklage nach, wo wir Geld auf einem Tagesgeldkonto kurzfristig parken, um beispielsweise in 6 Monaten ein Auto zu kaufen, in 9 Monaten eine Sondererhöhung bei der Immobilienfinanzierung vorzunehmen oder geht es darum, dass dort Gelder liegen, bei denen wir uns bisher nicht entscheiden konnten, ob und wie wir diese investieren möchten, also diese einer Kapitalanlage zuzuführen. Bei der Rücklage, da können Sie relativ wenig optimieren, da ist einfach der Preis der Sicherheit, die momentan sehr niedrige und nach Inflation steuernde Kosten negative Rendite zu zahlen, bei der langfristigen Investition gilt es ein Umdenken vorzunehmen. Daher keine Panik, sondern mit Sorgfalt agieren, das bedeutet in diesem Kontext schaffen Sie zunächst Klarheit, was sind Rücklagen für eventuelle Anschaffungen, für Notfälle, für temporäre Arbeitslosigkeit und was ist denn wirklich eine Kapitalanlage. Eine Kapitalanlage, bei der Sie bereit sind, gewisse Schwankungsrisiken zu akzeptieren, um langfristig die Chance zu haben, einen realen Vermögenswert zu erhalten oder einen Vermögenswert zu schaffen, der eben oberhalb der Kaufkraft liegt, die Sie momentan haben oder die Kaufkraft zumindest mal zu erhalten. Dieses können Sie relativ einfach ermitteln, indem Sie eine persönliche Liquiditätsplanung vornehmen und dann wird schnell deutlich, was ist Rücklage, was ist Kapitalanlage. Im nächsten Schritt verstehen Sie Ihre Vermögensstruktur. Welche Teile Ihres Vermögens leiden denn überhaupt in der Inflation? Welche Teile Ihres Vermögens können sogar von steigenden Inflationsraten profitieren? Das können Sie mittels einer Vermögensmatrix vornehmen, die man dann mithilfe der Vermögensstrukturanalyse aufgliedern kann und da sehen Sie sehr schnell und transparent, wie bin ich eigentlich aufgestellt, wo habe ich Geldwerte, wo habe ich Sachwerte, wo profitiere ich von steigender Inflation, wo leide ich unter steigender Inflation. Weil es macht wenig Sinn, über die Auswirkungen der Inflation zu philosophieren, wenn Sie gar nicht wissen, wie stark eine Inflation sich auf welchen Bestandteil Ihrer Vermögensstruktur auswirkt. Deswegen Vermögensstrukturanalyse nach der ÜPOS Vermögensmatrix hier ein erprobtes und sinnvolles Mittel. Im nächsten Schritt die Frage, welche Auswirkungen haben Sie bei Ihrer Anlagestrategie zu erwarten? Welche Vermögensklassen bieten überhaupt einen Inflationsschutz? Sind es immer nur Rohstoffe und auch Edelmetalle? Was ist mit den beliebten Immobilien zum aktuellen Preisniveau? Wie sieht es mit Aktien aus? Da haben Sie verschiedene Wirkungsmechanismen, die man sinnvoll kombinieren sollte, aber am Ende des Tages sollte man sicherstellen, dass alles im Rahmen Ihrer finanziellen Risikobereitschaft passiert. Und die sollte nicht nur ein Bauchgefühl sein, sondern man kann diese messen mittels 25 Fragen auf wissenschaftlicher Basis, um hier ein auch belastbares Ergebnis letztendlich zu generieren. Ja, meine Damen und Herren, so kann der Prozess aussehen. Wir unterstützen Sie gerne bei diesen Themen. Lassen Sie sich nicht verrückt machen, wie eben dargestellt, sondern nutzen Sie die aktuellen Schlagzeilen, nutzen Sie das Thema steigende Inflation, um sich mal sinnvoll und nachhaltig mit Ihrer Inflations- und Vermögensstruktur zu beschäftigen. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen schönen Tag wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.